russisches roulette ist russisches roulette so sagt man ist von offizieren der zarenarmee erfunden worden um irgendwie die langeweile zu überbrücken russisches roulette ist folgendermaßen man nimmt einen revolver der hat üblicherweise sechs kammern für patronen man macht eine patrone hinein und dann dreht man die trommel so dass man nicht weiß wo jetzt die kugel genau ist und dann legt man das an die schläfe und drückt ab die wahrscheinlichkeit mit dem leben davon zu kommen ist bei sechs kammern eins zu fünf oder anders ausgedrückt rein rechnerisch ist jeder sechste schuss tödlich ich habe darüber nachgedacht und ich musste denken viele menschen leben so dass sie hinsichtlich ihres ewigen lebens so eine art russisches roulette spiel sie denken vielleicht komme ich ja durch ach und noch ein versuch vielleicht klappt es nochmal vielleicht komme ich durch irgendwie irgendwie wird es schon funktionieren und vielleicht ist in ihrem leben in einigen bereichen ist alle alles in ordnung da ist sozusagen keine patrone drin aber irgendwo in ihrem system ist eine tödliche kugel vielleicht auch zwei und es ist äußerst gefährlich damit herum zu spielen weißt du gott hat uns menschen so geschaffen dass wir ewig leben werden wir sind ewig existierende wesen und im gleichen moment wo ein mensch hier auf der erde die augen zu macht macht er sie in der ewigkeit auf die frage ist nur wo bei gott in der gegenwart gottes im himmel oder in der gottes ferne der verlorenheit der verdammnis in der hölle es gibt nur diese beiden optionen und das ist genau das ding mit dem russischen roulette klappt's oder klappt's nicht ich möchte dich dringend einladen mit deinem ewigen leben kein solches spiel zu spielen es ist wirklich ein zu hoher einsatz du musst dir bewusst sein dass es um deine ewige existenz geht und ich lade dich ein einfach einen neu anfang mit jesus zu machen oder überhaupt einen anfang mit jesus zu machen weißt du wir haben auf unserer webseite clips vorbereitet mit gebeten die man mit beten kann wenn man ein leben mit jesus beginnen möchte oder wenn man sein leben neu jesus hingeben möchte weil man einfach merkt da sind bereiche die muss ich einfach wieder neu bereinigen und in ordnung mit ihm bringen ich lade dich ein dir diese clips anzuschauen die sind hier auf der seite verlinkt du kannst auch die texte dessen was da gebetet wird ja ausdrucken und du musst dir einfach dessen bewusst sein ewiges leben wartet auf dich du bist eine ewig lebende existenz wo wird das sein im himmel oder der hölle spiel mit deiner ewigkeit kein russisches roulette entscheide dich für jesus oder entscheide dich ganz neu für ein leben mit ihm und du wirst sehen gott hat viel viel mehr für dich äh